Wenn ihr Vokabel dann nicht ganz ankommt, dann wechseln wir schnell auf Englisch, weil Deutsch haut nicht hin bei mir. Aufgrund dieser fränkischen Herkunft bin ich nicht immer genderneutral, also bitte fühlen Sie sich nicht irgendwie diskriminiert als Frauen, wenn manch eine Floskel mit einer zu großen maskulinen Prägung rüberkommt. Selbstverständlich sind beide Geschlechter immer gleich angesprochen. Ich bin Berater für interne und externe Unternehmenskommunikation und mache seit 25 Jahren Marketing und Werbung. Seit dem Jahr 1994, 1995 waren es auch Internetseiten, seit 1998 Internetseiten und solche Geschichten in Eigenregie und in diesem Zeitraum habe ich nun doch relativ viele Content-Management-Systeme und Technik und Technologien kennengelernt, wie man solche Web-Geschichten veröffentlicht und publiziert, konzeptioniert und letztlich auch im Unternehmen effizient einsetzt. Also effizienter Einsatz heißt, es kommt hinten mehr raus, als wir vorne reinstecken. Und für die Geschichten, die ich Ihnen heute erzähle bezüglich der Kleinunternehmen, muss ich vorweg schicken, das funktioniert in der Regel wirklich immer nur dann, wenn man auch so einen Nerd, einen Experten noch im Background hat. Dieser Experte ist bei mir in der Vergangenheit öfters der Frank Staude gewesen und vielen Dank an ihn auch an dieser Stelle, weil er hat mir einen Hinweis gegeben, dass unter Umständen, da er mich als WordPress-Fan kennt, dass WordCamp eine schöne Plattform wäre, um einen Beitrag einzureichen. Deswegen bin ich heute hier und ich möchte erzählen, warum ich es so toll finde, wenn Kleinunternehmer mit WordPress im Netz unterwegs sind. Da haben wir im Prinzip so die Geschichte, dass auch für andere Bereiche des Netzes, Social-Media-Projekte, der Mittelstand und auch größere Unternehmen laut einer Studie von Gartner zu 90% scheitern. Das sind so die Projekte, in denen ich im Alltag unterwegs bin. Also ich mache das nicht nur für Kleinunternehmen, sondern wenn ich berate und arbeite, dann bin ich für den Mittelstand, den größeren Mittelstand international unterwegs und dann machen wir so Sharepoint-Geschichten oder so Social-Enterprise-Geschichten. Das sind größere Projekte und von Projekt zu Projekt sitze ich hier in Nürnberg und betreue dann, bis das nächste Projekt startet, so Firmen, die ich einfach mag. Das sind kleine Firmen, das sind so Kfz-Betriebe, das ist so eine kleine Pension, mit der ich zusammenarbeite, eine Knicke-Trainerin. Das sind alles so Unternehmen mit weniger als 10 Leuten, da ist eine Gärtnerei dabei und alle haben so immer das Problem, die haben erst mal gar kein Budget. Man will über die existierende Homepage reden und dann sagen alle, ah, die müsste eh mal wieder neu gemacht werden, kommen so die Fragen bei mir hoch, wer macht das denn bei dir, wer macht die Homepage, wieso ist die denn so alt, was willst du für Ziele erreichen, Ziele? Was für Ziele? Wir möchten einfach eine Homepage, ohne Ziele und dann fangen wir an und versuchen zu ermitteln, erst mal die Grundlagen im kleinen Betrieb, wo wollen wir überhaupt hin? Dann fragen wir, wo sitzen deine Kunden? Was hast du für Kunden? Ja, wir haben seit 30 Jahren, haben wir feste Kunden und wir sprechen uns so Mundpropaganda rum, das ist gut, wir haben nur besten Läume und nur Referenzen, sag ich, wo stehen die? Das weiß ich, ich kenne meine Kunden, das kenne ich. Okay, dann wird es langsam dünn. Wo bleibt jetzt die Datenbasis, die dir sagt, deine Homepage muss überarbeitet werden? Wie viele Leute gehen denn da drauf? Woher weiß ich denn das? Und schaust du in deine Webstats? Webstats? Okay, und da weiß ich schon, die Unternehmen sind fern von dem, wo wir eigentlich arbeiten mit WordPress oder mit unserer Branche, die SEO, SEA und solche Geschichten macht, wo wir gucken wollen, wie kriegen wir mit Content Marketing eine Community aufgebaut und solche Sachen, das ist im Prinzip komplett fremd. Und dann sehe ich, bei manchen Unternehmen, die arbeiten mit Typo 3 und frage ich, da ist aber ein Fehler drin, mach den doch raus in deiner Typo 3 Seite, das ist nur ein Komma. Oh, da brauche ich einen Admin. Oh, komm, lock dich ein, geh rein, mach das Komma raus und alles ist gut. Nee, aber der Admin ist nicht da und ich habe den Zugang nicht. Da haben wir gedacht, das ist aber immer so. So war das schon mit meinem ersten Joomla-System, die Leute, die nicht wirklich intensiv, monatelang damit arbeiten, geschult werden, die können nicht mal ein Komma austauschen. Dann dachte ich mir, als ich zu Freiberufler wurde, jetzt mache ich WordPress für mich selbst. Bitte nicht drauf schauen, das ist so wie bei dem Schuster und den eigenen Leisten, okay? Ihr müsst mir versprechen, ihr schaut nicht drauf, okay? Und da habe ich kennengelernt, dass WordPress von Anfang an einfach nur Mut macht, weiter zu schauen, was als nächstes kommt. Man sieht wenig, aber es ist übersichtlich, es ist verständlich. Wenn mal ein Update sein muss, dann kriegt man einen kleinen Hinweis, dann ist nur eine Zahl, ein Update nötig. Man klickt drauf, wartet kurz und sagt das Programm, hey, ich habe es gemacht, ist alles wieder gut, das war das Update für deine Backups. Da fühle ich mich toll und genauso geht es meinen Kunden. Da kommt einer, der kennt sich nicht mit, ich schaue dich jetzt aus Versehen an, okay? Ich spreche dich aber an, okay? Das ist ein bisschen plakativer. Der kennt sich nicht aus, weiß nichts, ist unsicher, weiß aber überall Viren und Trojaner und böse Spione und Abstürze und Datenklau, dass dir das nicht passiert, willst du Sicherheit haben und WordPress bietet diese Sicherheit auf einem Kleinunternehmerisch-Total-Super-Niveau. Du siehst es, die Updates laufen und dann installiert ein Plug-in dafür. Das kommt dann zu einer Uhrzeit, fährt das Update durch und Sonntagfrüh, wenn keine Kunden drauf kommen, 4 Uhr mache ich mal einen Update. Du stehst Montagfrüh auf, gehst in neue Woche, hast eine E-Mail in deinem Account, da steht drin, das Backup war erfolgreich. Da fühlen sich meine Kunden gut, die kriegen das mit. Die Einrichtung, die machen wir hemmsärmlich zusammen, wir sagen, wann es laufen muss, welche Dateien werden gesichert, das schafft Vertrauen. Das geht schnell, das geht einfach, das macht man in ein paar Minuten. Und dann gehen die weiter, dann gehen die Kunden mit mir weiter, dann haben wir ruckzuck ins System stehen, noch im, eigentlich mehr oder weniger im ersten informellen Kennenlernen, kann ich auf meiner Internetseite eine WordPress-Instanz installieren, trage seine Daten ein, er sieht das, das können wir dann bei ihm auch machen und dann wissen sie, Mensch, das interessiert mich, da gehen wir weiter. Dann ist diese Technik-Komponente weg, die ist weg, dann sagt er, das möchte ich aber auch auf Facebook, dann installieren wir ein Facebook-Plugin und wenn er einen neuen Beitrag hat, dann wird er auf Facebook veröffentlicht. Das kriegt auch jeder ein bisschen so mit Drag-and-Drop hin, das mögen die, die bleiben nicht hängen, wir haben keine großen Kosten, da müssen wir aber erst mal schauen, gehen wir zu einer Agentur, das könnte gehen, wenn, ja, aber, das sind so diese Geschichten, die bauen gerade im kleinen Unternehmen Hemmnisse auf, das will keiner haben, die wollen kein Budget bereitstellen müssen, die haben eine Portokasse und aus der muss das Projekt weiterlaufen, das muss sich selbst tragen. Mit wem arbeitet man da zusammen, mit dem Chef, in der Regel mit dem Junior-Chef, der Chef, der geht langsam mal das alte Teil, der hat jetzt so dieses Alter von 60 Jahren erreicht, ist nicht mehr so ganz bereit, jeden Gadget-Mist und jede Sau, die durchs Marketing-Dorf getrieben wird, mitzumachen, der lässt jetzt den Junior machen und der Junior, der hat in der Regel sowas wie einen Meister oder einen Bachelor und kommt in den Betrieb rein und möchte jetzt auch ein bisschen so Duftmarken setzen und sagen, du Vater, so wie wir das bisher gemacht haben, machen das jetzt ein bisschen anders und dann, damit er konkurrenzfähig bleibt, muss er auch ein bisschen die technischen Möglichkeiten nutzen, die ihm geboten werden, das Internet, da muss man schon ein bisschen den Kundenkreis erweitern und auf Basis dieser Gespräche mit der Firmenleitung haben wir natürlich auch schnelle Entscheidungen, der Chef entscheidet, wir machen, wir machen nicht, ich berate ihn dabei, wenn wir was nicht machen, dann gehen wir auf die nächste Baustelle, die effizient einsetzbar ist, wo man sagt, wir versprechen uns was davon, ein bisschen Werbeanzeige vielleicht mal, dann machen wir eine Werbeanzeige, Werbeanzeige, was kriegt die Werbeanzeige heutzutage? Die kriegt einen QR-Code drauf, ist doch klar, wir müssen doch die Leute dahin bringen, wo wir sie haben wollen, auf unserer WordPress-Seite, weil die Erfolge zeigen mir, die meisten von meinen kleinen Unternehmen, die jetzt so arbeiten, sagen, es ist unglaublich, aber wir sehen, dass signifikant mehr Neuaufträge über das Internet bei uns reinkommen, als wir noch nicht mit WordPress gearbeitet haben, beziehungsweise das Jahr vorher, wo wir darauf warten konnten, tagelang, bis mal das Telefon von alleine klingelt, da ging nichts, also Marketing funktioniert ja, grundsätzlich funktioniert Marketing über Sichtungen, über Emotionen und über die Köpfe, also Business to Business, Business to Customer, das ist ja völlig egal, das sind Business eben und dann fühlt er sich gut und kann seinem Vorgesetzten gegenüber zeigen, wie toll er ist oder jemand anderen, das ist ja bei allen gleich, also macht mir keiner weiß, dass im Business to Customer die Köpfe anders verdrahten sind, als im Business to Business, das stimmt nicht. Also, wenn Marketing funktioniert, wenn wir mit WordPress leicht und schnell aktuelle Meldungen rausbekommen aus der Firma selber, wo der Chef der Wissensträger ist in der Regel bei Kleinbetrieben, das ist ja derjenige, der das Know-how auch hat, der Meister, selber seine Fachbeiträge veröffentlichen kann, zum richtigen Zeitpunkt, im Jahr, der Gärtner, der macht im Frühling halt einmal ein bisschen mehr Werbung als im Herbst, wäre auch blöd, weil im Winter machen die wenigsten Leute Gartenarbeit, das kann man takten und wenn der Chef das auch noch selber macht mit seinem Fachverstand, dann braucht er keine Agentur in die Bredouille zu bringen, die für ihn irgendwelche Texte schreiben muss, die dann Content-Marketing-technisch von Authentizität nur so strahlen und protzen. In der Regel ist das eher dünnes Eis, auf dem sich Agenturen bewegen. Die müssten dann wieder Fachexperten einkaufen, funktioniert auch nicht, das ist ja wieder zu teuer für den Kleinbetrieb. Also, dieses ganze System funktioniert eigentlich nur, wenn der Kleinbetrieb selbst die Beiträge produziert. Okay, die ersten Einsprüche sind da. Nein, weil ich das nicht mache. Kurz vielleicht dann wieder ein Satz zu mir. Ich selbst mache keine Fotos, mache keine Bilder, mache keine Style-Sheets, ich schreibe keine Texte. Ich setze darauf, dass ich auch keine Partner habe. Ich mache alles alleine. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bräuchte jemanden, der meine Internetseite macht, dann sage ich zu ihm, mit wem hast du das bisher gemacht? Taugt er dir nicht mehr? Lass das den machen. Weil ich möchte objektiv beraten und ich möchte niemals jemandem den Eindruck vermitteln, wenn er mich holt, so als Komet ziehe ich einen Schweif an irgendwelchen Steinbrocken und Geröllbrocken noch hinter mir, die ich überall versorgen muss. Ich mache das alleine. Und die Netzwerke, die da sind, ich übersetze gleich für die Nichtfranken, die verarbeite ich nach dem sogenannten EDA-Prinzip. Das EDA-Prinzip sagt, wir nutzen das, was eh da ist. Das, was die Leute schon haben, das ist das, wo sie am stärksten sind. Das kennen sie. Ich will, wenn ich mit einem kleinen Betrieb, der technisch blank ist, also EDV-technisch, webtechnisch blank ist, ich will keine Hürden aufbauen. Ich will ja keine Hemmschwellen aufbauen. Die müssen in möglichst ihrer Umgebung, die sie gewohnt sind, die sie mögen, arbeiten können. Dann wird es einfacher. Dann ist das Ganze wärmer, netter. Dann kommt man schneller auch an die Punkte, wo es vielleicht Probleme gibt, wo man weiterfahren kann. Oder wo man tiefer nachholen muss, um vielleicht mal was zu lösen. Wir reden dann auch oftmals über Sachen, die ganz weit weg von Marketing sind. Aber wenn man den Leuten die Sicherheit gibt, dass das, was sie schon haben, doch auch gut ist. Die Partner sind doch gut. Die Fotografen sind gut. Die Texte sind gut. Dann sollen die die behalten. Meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass diese Technikkomponente, die den Leuten Angst macht, wir möchten einen Blog, wir möchten Facebook, wir möchten aber auch dieses Teilchen, wir möchten da oben dieses große Header-Bild, wir möchten an der Seite ein Extramenü und Unterminü. Irgendwann kommt dann immer diese Geschichte, ja, dann müsst ihr Typo 3 nehmen. Das ist dieses Ding, das alles kann. Das ist ziemlich mächtig. So wie bei den Shops, dann landet man irgendwann, wenn man alles will, bei Magento. Jetzt kommt die Agentur, hat Angst um ihren Auftrag und sagt, ja, Kunde, wir machen das. Wir machen für dich Typo 3. Der Kunde kann es nicht bedienen. Typo 3, auch schon bei Joomla oder Drupal, schaut euch die Menüs an. Die sind einfach nicht so schön wie bei WordPress. Die sind nicht so schön. Die sind nicht so intuitiv. Das ist nicht so wie ein iPad benutzen. Da muss man eigentlich Schulung haben. Das macht der Chef nicht. Das macht der Junior-Chef nicht. Die hocken sich da auch nicht tagelang hin. Die wollen sich das Schritt für Schritt erarbeiten. Also gehe ich hin und sage, wenn du das willst, wenn du das erreichen willst, dann hör auf, an Typo 3 zu denken. Schmeiß diesen einen Gedanken über Bord. Dieses eine Ding, diese eine technische Komponente, die dafür sorgt, dass du dieses Riesenmonstrum Typo 3 installieren musst. Lass sie weg und wir können schlank bleiben auf einem kleinen System. Dann sparst du dir innerhalb von wenigen Monaten 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 Euro. Das musst du selber können in einem kleinen Betrieb. Wenn er es nicht kann, wenn wir Typo 3 brauchen, dann machen wir Typo 3. Um Gottes Willen. Und nicht so verstehen, dass ich nur WordPress machen will. Wir machen auch Typo 3. Wir machen auch Joomla, machen auch Drupal. Das ist egal. Aber eine meiner Kernaufgaben auf Basis dieser berühmten Gartner-Studie, 90% aller Social-Media-Bestrebungen vom Mittelstand scheitern, ist es, den Unternehmern klarzumachen, dass nicht die technische Komponente das Problem ist, sondern sie. Letztes Jahr habe ich ein Projekt gefahren, das war für einen relativ großen Mittelständler. Die wollten auch mehr Social-Media mit den Mitarbeitern machen. Ich war nach zwei Monaten fertig, durfte gehen, weil die haben überhaupt nicht die Möglichkeiten gesehen, in der Firmenleitung und in der Markkommunikation, in der Marketingkommunikation irgendwelche Freiheiten an die Mitarbeiter zu geben. Die sollen nicht bloggen, die sollen arbeiten. Billable. Die waren prozessmäßig durchstrukturiert und jede Sekunde, die von dem Ticketsystem anders gebucht wird, die ist doch wieder Mist. Was machen denn die Mitarbeiter? Die hatten sogar mit Schlüsselkärtchen getrennte Abteilungen innerhalb eines Gebäudes. Da konnte der Mitarbeiter aus der Personalabteilung, der konnte eigentlich gar nicht in die Abteilung Marketing rein, wenn er nicht freigeschalten war. Also ich bin dauernd vor Wände gelaufen. Da ging es nicht. Wenn die Firma selber nicht in der Lage ist zu kommunizieren, dann wird Marketing nach außen mit so schnellen Entscheidungen für, wir lassen dieses jetzt einfach mal fallen, wir machen jetzt mal keine Werbeanzeigen, das geht nicht im Mittelstand. Wenn der Marketingmitarbeiter mit mir zusammensitzen würde und sagt, so sollen wir es machen, Werbeanzeigen, ich sage ihm, das geht nicht, dann sagt er doch nicht, ja dann machen wir es halt nicht, sondern, aber der Chef will doch. Die entscheiden das doch nicht selber. Die sind doch da befehlshörig. Das geht nicht. Deswegen, wenn wir mit dem kleinen Betrieb arbeiten, mit dem kleinen Unternehmer und am Chef selber dran sind, dann können wir als Berater, und sie müssten ihm sogar auch Sachen ausreden, die er nicht machen soll. Und dann kommen wir nämlich in die WordPress-Range rein, wir lassen das, was teuer und schlecht ist, weg und geben ihm ein Template, das nett ausschaut, das seiner CI entspricht, aber wir überzeugen ihn davon, dass er halt dieses blöde dritte Menü nicht braucht. Das kann ich ihm dann auch sagen, weil ich muss ja nicht davon leben, dass das Menü programmiert wird. Wenn ich ihn davon überzeuge, dass er glaubt, es ist richtig, das wegzulassen, dann machen wir das kleine WordPress für den kleinen Unternehmer und er ist glücklich. Die Agentur kriegt den Auftrag halt nicht, aber die hat auch den Auftrag, die anderen Bilder zu machen. Die hat schon noch genug übrig. Also insofern, bitte versteht mich nicht als Agentur. Das war jetzt so halb die Frage beantwortet und halb am Inhalt vom Vortrag geblieben. Ich hoffe, das beruhigt die Agenturinhaber. Wer ist alles Agentur und Anbieter von WordPress, wenn ich fragen darf, mal kurz Hand hoch. Okay, und wer hat das jetzt so im aktuellen Tageseinsatz als Anwender, so als Betrieb? Nennt sich die Waage. Was machen die anderen hier? Das war jetzt ungefähr so 25% Frage 1. Die Hälfte, die Hälfte. Danke. Wir haben mit WordPress nicht nur diese Sicherheit, dass wir sehen, was passiert. Kurz zurück, ich glaube, das war der Punkt. Mit dem Vertrauen schaffen, dass wir die Backups, die Upgrades, die Wartung, die Updates, dass das alles schön angezeigt wird. Wenn man das einmal die Woche bei sich eintaktet, hat man in wenigen Minuten immer ein stabiles, sicheres System und hat immer das Gefühl, auch man weiß, dass es passiert. Wenn es auf dem Server läuft, eine andere Abteilung andere macht, dann weiß man es eigentlich nicht. Mit diesem Wissen gehen wir dann weiter und versuchen, Inhalte zu publizieren. Zuerst mal wissen wir ja alle, WordPress wird relativ gut von dieser großen Super-Suchmaschine, die die meisten Leute benutzen, gemocht. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Also unter sonst gleichen Bedingungen ist es erstaunlicherweise oft so, dass WordPress-Seiten in den Serbs, den Suchergebnis-Seiten, weiter oben stehen als vergleichbare andere. Dann orientieren wir uns doch an dieser Seite. Das WordPress wird gemocht, also schauen wir zu Google. Wie gesagt, das haben wir heute fest vorgenommen, ich sage es nicht. Naja. Wir fangen an, eine WordPress-Seite für Google-Suchergebnis-Seiten zu optimieren. Wir fangen an, die Texte des Unternehmers auf diesen SEO-wichtigsten Kriterien für On-Page-Optimierung, wenn man es auf der Seite selber macht, für diese Suchmaschine so zu füllen, dass man hinterher gefunden wird. Wir schauen also zu Google. Wir haben WordPress, wir schauen zu Google. Was kann man bei Google noch machen, außer gefunden werden? Wir können bei Google, wenn wir sowieso schon dorthin schielen, auch die hauseigenen Mittel benutzen. Wir können zum Beispiel uns sagen lassen, dass alles, was wir gebaut haben, richtig ist. Wir haben so einen Check bei Google. Dann machen wir so mit diesen Webmaster-Tools rum. Webmaster-Tools sagen uns, dass solche Dateien wie unsere Robots.txt und die Sitemaps, dass sie alle passen. Bitte? Erklären Sie die Webmaster-Tools? Nein. Wiederholen Sie die Frage? Entschuldigung, ich wiederhole die Frage kurz. Ob den Anwendern der WordPress-Seiten, also meiner Kundschaft, ob ich denen die Webmaster-Tools erkläre. Das tue ich nicht. Ich gehe mit Ihnen... Ich gehe mit Ihnen... Ja. Ich gehe mit Ihnen... Entschuldigung, ich gehe mit Ihnen... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wie soll ich das als Kommunikationsberater mit WordPress aufziehen? Die Projekte werden in der Regel von IT-Abteilungen getrieben. Wenn ich in ein Projekt gerufen wäre, sei es von der Automobilbranche oder von einer anderen Branche, das ist egal, dann kommen die Anfragen immer aus der IT. Dann ist das ein CEO, der anfragt, dann sind das Techniker und die setzen dann die Systeme auf die installierten Rechner und sagen, hier Mitarbeiter, ihr habt ein super System, jetzt macht und dann dürfen die nicht, können die nicht, die haben die Zeiten nicht, sie haben die Möglichkeit zu lernen, die Trainingsunterlagen sind nicht da und schon sind die Probleme wieder da und die Projekte scheitern. Es ist einfach heutzutage kein technisches Problem mehr irgendwas zu machen. Wir müssen kommunikativ ansetzen, wir müssen kommunikativ ansetzen, aus dem Business kommen oder von der Firmenleitung kommen oder aus der Markkomm-HR-Abteilung, egal woher, aber nicht aus der Technik. Wenn die Technik das Ganze führt und nicht irgendwo noch im Unternehmen jemanden hat, der das aus einer Stakeholder-Value oder Stakeholder-Ebene betrachtet, dann gehen die Unternehmen schon in den ersten Monaten kaputt. Die Piloten werden falsch aufgesetzt etc. pp. Wir müssen also die Technikkomponente rausnehmen und genau an dieser Stelle kommt WordPress zum tragen und hat für einen Kleinbetrieb, jetzt sind wir wieder bei einem Kleinbetrieb, keine Barrieren. Die Technik ist da, sofort einsetzbar, nach Minuten. Wir nehmen das Shop-Plug in rein und nach zwei Minuten hat der Unternehmer einen Shop, wir können das erste Produkt reinsetzen und können verkaufen. Ein bisschen überzogen, rein technisch sind es aber nicht mehr als zwei Minuten. Bis wir den WooCommerce installiert haben auf einer WordPress-Instanz, das machen wir nackt auf einer URL in allerhöchsten fünf Minuten und dann ist das Ding da. Und diese Wahl der richtigen Mittel für einen Kleinbetrieb, diese komplizierten Programmiergeschichten, anpassen, konfigurieren und so, die sind weg. Und schon haben wir die Firmen da, wo wir sie haben wollen, an ihrem Kunden. Dann können wir anfangen über das, was die Kunden interessiert zu reden und das können wir über WordPress vermitteln. Und genau an dieser Stelle werden die kleinen Unternehmer erfolgreich. Wir hatten hier eine Zwischenfrage von Ihnen nochmal. Ich würde interessieren, wenn das jetzt so losgelöst funktioniert, also die vertrauten Agenturen, die die Gärten da immer die Werbung gemacht haben, machen die Fotos und die Texte und die WordPress-Installationen da für den Berater, wie sie den Berater hat, wie funktioniert die Kommunikation unter dem? Ich hatte vor, im November 2014, einen Kunden, der gesagt hat, Herr Schnabel, wir müssen die Beziehung beenden, ich bleibe dann doch bei meiner Agentur und mache nur mit denen. Kommt auch vor. Dann ist das vom Kommunikationsweg kürzer. In der Regel ist es so, dass ich im Namen der Firma auftrete und mit der Agentur dann auch im Namen der Firma rede. Also die sind da. Und wenn die Agentur noch nie WordPress gemacht hat, wie funktioniert das? Know-how-Transfer, nenne ich das immer. Also quasi, das Wissen wird vermittelt. Ich habe noch keine Agentur getroffen, die nicht in der Lage gewesen wäre, innerhalb kürzester Zeit auch Grafiken oder für WordPress aufzubereiten. Es ist dasselbe Farbsystem wie in anderen CMS-Systemen, Blocksystemen. Der Bildschirm strahlt elektronische Farben aus. Das ist immer im RGB-Modus und das im Vergleich zu den CMYK-Farben umzudeuten. Jede Agentur kann sowas. Jede Agentur hat entsprechende Kontakte zum Print-Service, zum Fotografier-Service, Erfahrung mit Bilddatenbanken. Dementsprechend über die Bilddatenbanken, wo große Mengen Bilder eingekauft werden, auch entsprechende Rabatte. Das funktioniert problemlos. Die Alternative dazu wäre, dass der Kunde, der jetzt quasi mit der Agentur schon zusammenarbeitet, sagt, ich wechsle die Agentur. Das ist für die Agentur, die da quasi mit mir dann zu tun hat, noch unangenehmer. Ich berate das ja nicht, aber ich kann den Kunden bestärken, na gut, dann such mal eine neue Agentur, wenn du das sagst. Aber ich sage, wieso willst du den wechseln? Bei denen läuft der Rechnungsfluss auf Knopfdruck, du bist als Kunde angelegt, er kennt euch, die wissen, wie du tickst, die kennen den Markt inzwischen ein bisschen, also sollte man doch bleiben, langfristig zusammenarbeiten. Und da hatte ich auch bisher noch keine Agentur so kennengelernt, dass ich sagte, das ist aber jetzt unangenehm, das funktioniert ja gar nicht. Das ist tatsächlich immer das Gegenteil, zumal ich auch ein bisschen weiß, was die Agenturen so treiben, ich habe das ja auch schon gemacht, insofern weiß ich auch ein bisschen, wie Agenturen ticken und ich will ja niemanden rauskegeln, im Gegenteil, ich möchte eigentlich, dass sowohl die Agentur als auch mein Kunde so groß und mächtig wird, dass ich irgendwann mal anständige Gehälter bekomme und dass wir alle reich werden. Das ist ja mein Ziel. Das kann ja nicht sein, dass ich sage, Agentur raus, wir haben einen Spieler weniger, suchen neun, wird wieder schwieriger, das dauert. Dann muss er das Geld investieren in die Suche von neuen Agenturen, das haut nicht hin, so werde ich nicht reich. Und das kann ja nicht sein, dass man immer auf 40-Euro-Stunden-Niveau arbeitet, man möchte auch mal 42. An dieser Stelle glaube ich sozusagen, halt, stopp, da war noch eine Wortmeldung hinter Ihnen, Sie hatten noch was. Ich bin aus dem Kamerabild. Ich könnte von der Rolle ein bisschen mehr verstehen, das ist einfach schwer. Ja, wir sind auf dem WordPress-Camp, deswegen, weil ich WordPress mag, es muss ja nicht immer WordPress sein, ich habe deine Frage verstanden. Also es ging darum, die Zweifel an der Objektivität, wenn ich sage, ich komme und mache WordPress. Also wir machen ja nicht WordPress. Wenn der Kunde sagt, er hat irgendetwas vor, vom Unternehmenswachstum in ein paar Jahren dies und jenes zu haben oder zwei Marketingfachkräfte anzustellen, die das Ganze treiben, dann nehmen wir andere Systeme. Ich habe da so einen Werkzeugkasten aus einem Erfahrungsschatz, der mir sagt, wenn eine Firma eine gewisse Größe hat, kann man auch das nächstgrößere System betreiben. Man kann aber kaum ein großes System betreiben, wenn man eigentlich ganz andere Baustellen hat. Und insofern ist es so, dass WordPress nur... Bitte? Genau. Das war das Beispiel, wo der Kunde zu mir gesagt hat, er macht lieber mit seiner Agentur. Die lernen mich ja nicht dadurch kennen, dass die andere Agentur sagt, da passt was nicht, sondern das sind so meine Maßnahmen am Markt, dass man mich kennenlernt und sagt, Mensch, guck dir das mal an. Das sind oftmals Geschichten, dass die Agentur vielleicht nicht die gewünschten SEA, also das Search Engine Advertising mit drei Ergebnissen liefert. Man zahlt im Monat so viel Geld, ein Jahr lang, das hatte ich in München letztes Jahr, ein größeres Bildungsinstitut, ein Bildungsträger, die haben monatlich einen hohen dreistelligen Betrag für SEA ausgegeben, aber keine nachweisbaren Ergebnisse erzielt. Die haben dann sozusagen nach einem Workshop angefragt, aber aus dieser Aktion ist natürlich wesentlich mehr geworden als ein Workshop für SEA. Die Mitarbeiter, Redakteure, die haben den Workshop gekriegt, aber die haben dann gemerkt, dass da wesentlich mehr dahinter steckt, weil die Marketingfachkraft dort all diese Sachen nicht kannte. Da kamen so Gespräche zustande, ich saß dann mit dem Kollegen zusammen und habe nachgefragt, wie ist das denn hier, wie ist das denn da, an welcher Stelle planst du denn so, wo ist denn deine Beschreibung für deine Zielgruppe, damit ich mich ein bisschen orientieren kann, fürs Wording, das wird richtige Tonalität treffen. Und was der dann sagte ist, Moment mal, wir haben keine Zielgruppenbeschreibung, wir haben tausend Mitarbeiter und keine Zielgruppenbeschreibung, dann könnte man doch mal ansetzen. Und so komme ich dann ins Boot und diese Zielgruppenbeschreibung, die wird jetzt dort verwendet, um eine Agentur, wenn ein Agenturbriefing stattfindet, zu sagen, wen wir ansprechen. Das spart Zeit, die Agentur weiß auch, was sie zu tun hat und kann bessere Ergebnisse abliefern, weil der Kunde sagt, wer angesprochen werden soll. Also ich sehe in dem ganzen Konzept eigentlich da eher Unterstützung für alle Seiten. Und Agenturen haben oftmals das Problem, die arbeiten so mit Leuten zusammen, die nennen sie so Marketingmanager in der Agentur, der den Kunden ein bisschen Bauch pinseln soll. Der kriegt vielleicht auch sowas wie Provision, der muss den Kunden halten. Die sagen doch nicht, nein, die Haltung gegenüber dem Kunden ist immer eine servile. Und da hilft dann oftmals der Mut, Tacheles zu reden. Was auch der Handwerker unter Umständen schätzt, der hier in Großhabersdorf irgendwelche Maurergeschichten betreibt. Der mag vielleicht nicht immer so mit irgendwelchen Hochdeutsch von modern ausgestatteten Gadgeträgern beeinflusst werden, sondern der wird halt einfach doch einmal gern gefragt, was eigentlich Sache ist, wo es wehtut. Und dann gehen wir das Problem an. Und damit dieses System laufen kann, ist sozusagen mein Appell jetzt abschließend an die WordPress Community, dass WordPress als CMS, Blog, Shop und was weiß ich Lösung auf keinen Fall diesen vertrauenerregenden, schnellen, einfachen, intuitiven Charme verlieren darf, den es jetzt hat. Es darf nicht aufgeblasen werden. Die Community ist toll, die ist groß, es passiert viel, aber es darf auf keinen Fall in irgendeiner Form verkompliziert werden. Ich bleibe noch da. Ich habe auch für den Vortrag eine Mindmap gemacht. Ich habe Visitenkärtle dabei, die gebe ich euch mit. Wer mir eine E-Mail schreibt, kriegt die Mindmap, dann habt ihr meine Stichpunkte so chronologisch zur Verfügung. Ansonsten hoffe ich, dass ich mich nicht falsch orientiere, dass ich nicht wehinterprete, dass die Zwischenfragen doch ein gewisses Interesse an meinem Vortrag bekundet haben und bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit. Wir klären das dann im Vier-Augen-Gespräch da eine Frage noch, oder? Jetzt heißt das Bier.